Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein vergesse ich mir, ich kenne die Gefahr. Pokémon, komm schnapp wie nur ich und du. Pokémon, in allem was ich kann. Grüß dich. Was geht ab, Jungs? Was geht ab? Wo ist der andere? Hoi, der was geht ab, Leute? Mit Tati und Dimi am Start. Uns hat ein Fan angeschrieben, was ihr übrigens auch machen könnt. Immer, wenn ihr wollt. Der will mit uns auf Tour, Scanner-Tour. Hat er gesagt, warum eigentlich? Einfach nur Tour machen. Das können wir später fragen. Zwei Sachen. Kinder, falls ihr das schaut. Wir machen das zwar öfters, aber steigt nicht zu fremden Leuten da rein. Und trefft euch nicht mit fremden Leuten aus dem Internet. Wir machen das zwar ständig, aber passt echt drauf auf. Zweitens, ihr könnt euch uns immer schreiben, dann machen wir irgendwas. Haben wir schon öfters mitgemacht. So haben wir auch Philipp kennengelernt. Also, für sowas sind wir eigentlich immer zu haben. Auf jeden Fall. Schauen wir mal, was der folgte Fan mit uns so vorhat. In der Seele war es echt gut. 1400. Miltang, erster Stop für die Jungs. Die haben es noch nicht. Ich hatte echt erwartet, dass der American exclusive wird. Ist er geflohen? Nein, er hat es gut. Er ist nicht. Ich habe es. Ich habe es. Was hast du gewartet? Was? Ich habe erwartet, dass er American exclusive wird, der Typ. Der will schon mal was? Es reicht doch, dass sie das Ding haben, Mann. Hier ist dieser Typ. Taurus. Nein, Scarabon. Wer ist der Typ, Mann? Wir müssen nach Florida, gell? Was gibt's da? Genau in Florida treffen sich alle drei Regionals. Also Taurus kann man da fangen, Scarabon und Corazon. Corazon ist auch so... Ja, Quarton. Ja. Echt jetzt? In Florida kann man alle drei fangen. Mein Gott, stell dir vor, richtig krass zweiter Dortmund. Florida ist schon echt krass. Geiler Beach und dann noch alle drei Pokémons. Tati strengt sich an. Ein sehr genauer Navigator. Auf dem Weg zu einer Megane. Die Jungs brauchen noch den Eintrag. 20 Baumwungs. Kann man sich nicht beschweren. Beziehungsweise ist es sogar eigentlich ziemlich klasse. 20 Baumwungs. Los, bitte anfangen. Sind wir hier richtig, Tati? Ja? Sind wir hier richtig? Ja, aber wir müssen da vorne rum. Komm mal. Ja, können wir da rauf und dann links. Nee, hier kommen wir nicht rein. Wir haben nur noch sechs Minuten, Tati, gell? Ja, ich weiß nicht, ob wir mit dem Auto da reinkommen oder nicht mehr. Wie fehlt denn das ungefähr? Hier. Also eigentlich da hinten, Alter. Also hier ungefähr. Also hier ungefähr. Genau irgendwo da. Ich weiß aber nicht, ob wir da mit dem Auto jetzt rumkommen, ne? Also doch bei der blauen Arena. War da nicht schwar und warte? Ja doch, ja stimmt. Hier, wo ist das, wie du da rauskommst? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wie ist das hier? Wir schauen jetzt mal. Wann ist das hier? 41? Wir müssen ein bisschen ballen, ne? Und sonst? und los gehts bisschen action immer gut hier rechts oh mein gott links oder rechts links oder rechts megania nicht mehr bekommen ihr wisst wo ich gesagt habe links oder rechts der linke wäre es gewesen wir haben leider den rechten genommen kann passieren hoffentlich haben wir der gast ist abends mehr glück entwickeln ich weiß gar nicht haben wir noch mein gott ich benutze sananabäger hast du keine oder was wie viele keine ahnung ist mir egal ich muss trotzdem nicht vorwärts wie soll ich sagen 400 500 bombons haben zack defense perfekt echt super saftig meine bombons haben auf zum picacho ich hab schon da viele warte mir nicht sicher hä schau dir an man ich weiß nicht es war gerade an ihr bei vier minuten steht da vier minuten was feldkirchen straße 15 zu dem anderen äh gratini feldkirchen ja feldkirchen ja ja straße 15 feldkirchen oh mein gott er geht nicht rum 14 15 wahrscheinlich weil noch andere leute sich beschweren wollen nicht nur du philip hat ein paar doch natürlich erst recht um die zu alle sind auf Tour philip hat ein paar unzufriedende kunden also ich bin sehr zufrieden philip danke für deine arbeit ja philip vielen lieben dank ich erhalte dich ohne ende er würde dich schon zu zweit mal anrufen also ich bin dich schon zufrieden aber ganz ehrlich da musst du echt mehr machen ja keine angst voll gelogen vor allem ich habe voraus gezahlt philip drei ganze monate ich bin echt nicht zufrieden ne ich nicht mhm zum ersten ma 45% ja und 9 zu uuuuuhhh super saft k das geht das geht das geht das geht okay Aber für den Fahrer, habt ihr schon gewohnt, dass wir dahin fahren? Für die mir freier Fall. Wie war es schlecht, gell? Ne, 100% Aua, du kannst scheiss mal. Ich hätte fast noch einen Überwerf verschwendet. Das ist der beste Fall. Jetzt kriegt man Pokémon-Bede. Ich bin traurig, dass wir für den gescannt haben. Weißt man die WP von dem nicht, gell? Ja, wie meinst du? Unter 60. Ich hab sogar Critical Catch gehabt. Wo habt ihr das alle her? War links von uns. Oh yeah, nicht zu weit schon. Da kamen diese Funken. Ja. Die Attacken sind aber ernst gut. Bestes Setup eigentlich, oder? Ja, warte. Nebenstelle Steinkante. Wir müssen jetzt weiter. Schaffen wir dann das Amt? Wie weit ist denn das? 28. Wie lange ist es noch da und wie weit ist es? Es ist bis 1.40 Uhr da. 20 Minuten. Wie lange brauchen wir hin? Weil das ist nur 3 Minuten ein Schatt. Das wollt ihr dann? Wir brauchen 16 Minuten hin. Ja, alles bitte. Los geht's. Oh, Alter. Ich hab grad am Anfang was gefangen. Oh Gott, lass doch Licht an. Lachse. Naja, sonst geht's aus. Was für Lachse? Vor allem kam ein Blizzard. Etwa richtig schlimm. Am Anfang was gefangen. Mit gelber Berge. 20 Bonbon. Oh, shit. Boah. Alter, schwer. Ich hab jetzt alle 3. Echt jetzt? Ich hab jetzt alle 3 ohne so Ding. Ich auch, glaube ich ja. Ich hab die drei gefangen, aber. Müsste ich auch haben. 140. Oh, die Bomben. Das war meine erste von den 3. Ich hab auch kein Voltilarm. Ich hab Voltilarm. Ich hab 105 Bonbon schon. Nicht schlecht. Das ist schon mal gut. Da hast du schon viele Touren gemacht. Hast du's auch mit Sanana-Beeren jetzt gefangen? Äh, ja. Sehr gut. Ich hab's zweimal aus dem Ei bekommen, Voltilarm. Und einmal Wild gefangen. Boah, die Arena ist mies. Ja, aber da geht keine hin, Mann. Ja. Die wird doch grad angegriffen. Ja, das ist schon eben. Ich wollte auch grad sagen. Wer greift die grad an? Da war kein Mensch da. Vielleicht der, der da wohnt. Der wird ja auch. Der kommt ja gar nicht hin. Wieso wird der angegriffen? Ja, vorhin waren da Blitze. Blitze noch. Ja, bei mir. Wie schaut das ganz normal aus. Ey, jetzt auch. Was jetzt auch? Vorhin waren da echt Blitze. Ich hab's ja gar nicht eingeblendet. Prozentpunkt. Nein, ja. Er ist dabei. Ich hab auch noch gar keinen im Dex. Eben. Da bin ich zum Glück gehabt jetzt. Ja. Es wär safe geflohen, Mann. Wie wär's safe geflohen? Oberschleiß, Mann. Oberschleiß, Mann. Mübel, Schlag, Schauf. Zählt ja hier schon als überschlossen? Ja. Komisch. Okay, Jungs, wollen wir... Schaffen wir's noch zum La Vitao? Fahren wir unten jetzt mal ein. Oder irgendwo wo er hin muss. Ich hab genau da, wo wir grad gekommen sind. Die Straße runter. Gibt es mal einen, ob wir das los? Ja, gibt es mal einen. Ich glaub, wem nicht. Ich glaub nicht mal, wenn wir sofort losgefahren werden. Jungs, schönen Abend noch. Schönen Abend auch. Hauen wir auch. Komm mit heim, Mann. Wir sehen uns. So. Alles klar. Du kannst uns immer schreiben. Dann sind wir bestimmt am Start. Ja, Mann. Alles klar. Das war's von uns. Kleine Scanner-Tour. Mit einem Zuschauer von uns. Wie gesagt, ihr könnt uns immer schreiben. Dann machen wir vielleicht was zusammen. Nix allzu besonderes gefangen. Ampharos war klaus. Dann zwei neue 100% für meine Sammlung. Immer gut. Ansonsten paar Pokédex-Einträge für die Jungs. Miltan, Capoeira und so. War nicht schlecht. Ansonsten wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon is your business.